An die Waffe! 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 Ich hatte das Bewusstsein verloren und erst nach ein bis zwei Tagen wieder erlangt. Waffe! Waffe! Das ist schon ein Akt der Tapferkeit, aber man muss sich das Recht verdienen, sich Partisan nennen zu dürfen. Partisanen! Es war ein Albtraum. Ich wurde gnadenlos. Lass mich los! Wir können nichts tun! Wir können nichts tun! Jeder, der das erlebt hatte, tat wirklich alles, um Rache dafür zu nehmen. In dieser geheimen Fabrik werden Langstreckenraketen entwickelt. Diese Raketen könnten den halben Kontinent zerstören. Es geht nicht um den Tod, sondern darum, wer wir sind, wenn wir ihm begegnen. Wir leben! Untertitelung des ZDF, 2020